Hallo zusammen Leute, sie ist Marcella, ich bin Marco und zusammen wir sind Colosseum Sound Factory, Tonstudio. Heute werden wir erklären, wie eine musikalische Produktion geboren wird. Danach werden wir eine Serie von Videos publizieren, die jeden Operation im Detail erklären. Viele Menschen fragen sich, warum so teuer sein kann eine Musikproduktion und warum es so viel Zeit braucht. Ja, so wir erklären auch die verschiedenen Arten der Produktion, von teuer bis günstiger. Eine professionelle Produktion durchläuft in dieser Phase. Songwriting, Arrangieren, Aufnahme, Bearbeitung, Mischen und Mastern. Viele fragen sie auch, warum anstatt zu einem Ohmstudio, zu einem professionellen Tonstudio gehen muss. Die Antwort kommt gleich. Sobald ich im Mainstream im Vergleich komme mit den Professionisten, die ein hohes Niveau haben, ich bin schon gleich, ich bin schon raus vom Spiel. Ja, es glodiert sofort, klar. Okay, ich denke, das ist alles für heute. Danke für deine Zeit und wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass ein Like. Und abonniere den Kanal. Danke. Ciao, bis bald. Bis nächste Mal. Ciao, bis mañana.